So, nach einer kleinen Mittagspause geht's dann weiter mit Map 3, äh, ja, also Episode 3, wie auch immer man das jetzt nennen mag, und fast mit einer 3. So, die Nebelmap. Die Aufladewaffe. Ich hab immer noch Berderker, da steh ich nicht wirklich. Keine Ahnung, ob ich auch immer so stark bin, ob das mit dem Bersäcker-Pack ein bisschen fehlerhaft implementiert ist, oder ob es tatsächlich so sein soll. Erstmal auseinanderhetzen. ńётсяal! Steak, knä. Neh! 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 Neh, neh! Neh, neh! Ma теперь! Wo kommen die denn jetzt her? Achso! Wir fahren in keinen extra Raum. Oh mein Gott, das glaube ich kaum. Fuck! 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 Na komm. Boah, Alter. Ich sag's ja. Wenn ich den Flinte helfen kann ich gleich so Schroppmutter benutzen. Äh, Schroppmutter war schon. Ja, Kettenwege. Weil die Russen kann... Ich hab sowieso ne Kraftfisch. Alter. So, das hätten wir. Achso, ja, das muss man ja. Oh! Ich hatte eigentlich gedacht, dass die mit Vanilla-kompatibel ist. Ist hier aber gar nicht, eben erstmal wie farbiges Licht und zweitens haben wir hier schrägen drin. Wie verstehen kann die gar nicht Vanilla-kompatibel sein, naja, kann ja nicht jeder mal so gut sein wie back to the top. So, das ist ein Secret. Und da haben wir keinen mit mehr. Bei der vorherigen Web hatten wir einen mit. Wow. Grammatik over 9000. So. 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 diese rosa stahlvergibt oder was ja ja die komponente okay in der flüssigen version wollte nämlich nicht rosa sondern dass die andere farbe es So, kommen wir mal her. Ich bin gut gebrochen, denke ich. Mach mal. Ich bin gut gebrochen, ich bin gut gebrochen. Ich bin gut gebrochen, ich bin gut gebrochen. So, schießt euch doch nicht wieder gegenseitig abgeleitet. Oh Gott, er geht doch. Oh Gott, ich bin gut gebrochen. So, danke, 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 danke. Gut, machen wir jetzt mit der hier, ich weiß nicht. Da können wir jetzt die ganze Menge gegnern. Ich bin gut gebrochen. Ich bin gut gebrochen. Das ist ein Messer, aber ich kann. Ich bin gut gebrochen. Holy moly. Nice. Und was dann? Der wechselt auch noch die Farben. Ist das nice. Ah, haben wir die gegenseitig umgebracht? Perfekt. Jawoll. Das ist geil. Haben die sich jetzt hier alle gegenseitig umgebracht? Oder was? Hier ist ja gar nichts mehr los. Wow. Hier ist die Gegenseitig. Hier wird's gefährlicher. Ich will doch nur diesen Takt immer da ausspalten. Dankeschön. Genau das wollte ich. So, dann dich bring ich mal um. Du wirst mir so oft noch gefährlich. Ist schon richtig schlecht. Trust. orianstoffe, ich hab sie von dem Ja. Hatte Wetter so hübsch bereit alle. Autsch. Fuck! Der kann einfach dran vorbeischießen. Ich glaub's nicht, das war für eine Scheiße. Gut, dann musst du weg. Sorry, aber Sicherheit geht leider vor. Ich hab nie nervös. So, Scheiße, die Revene ist da, Alter. So, noch Revene. Oh mein Gott, was geht mir hier ab? Das ist ja schlimmer als ein weiteres Schaf-Film. Actionfilme, meine ich doch. Du, die Schaf-Filme sind Actionfilme meistens. Boah, Alter. Ja, erstmal alle. Ey, ist hier kaum noch einer da. Den Kaffee echt alle gegeneinander aufgehetzen. Gegeneinander aufgehetzen, das mach ich doch. Offeneinander aufgehetzt, kriegt Eric Kuppensex. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ha, hast du mich nicht getroffen, Bitch. Warum dringst du mein... Oh. Wow. Gut. Ich versuch mal was. Was das kannte ist. Man kommt hier nicht offiziell vom Auch raus und fahr hier hinten. Alter, echt alle Gegner weg. Ich glaub das nicht. Ist das krank. Wie kann man denn hier rauben? Achso. Jawoll. Genau das wollte ich. Ich hab's doch gehört. Wo kommt der her? Äh. Okay. Hier fällt doch ein bisschen Angst. Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Ich hab's doch grad zu Kakodemon gehört. Hier ist der Boss. Hier ist das gescheuert oder bin ich blöd oder bin ich beides? Hm. Na gut. Was hast du noch einen Weg hier? Wow. Ach ja. Deswegen hab ich die Kassel mitgebracht. Alter, ich hab mir ja direkt komplett unter Beschuss genommen. Worte. Sen досkt schon. Ich hab's doch hier raus. Alter, sonst kannst du jetzt nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben. Und hängen geblieben. Hier Ronimo, komm doch raus. So, jetzt folgen wir auch mal alle. Wollt ihr euch auch wieder gehen, werdet ihr umbringen? Ist doch das... äh, ist doch das... Ist doch... Ah! Wow! So... Alter, ich hab nur noch Rot gesehen, was ist denn hier los? Ist ja schlimm mit diesem komischen... ...feuerspuckenden Bastarden. Und jetzt wäre ja... Och, leck mich doch! So... Schrauben, schrauben. Mach doch weiter mal. So, das Leben bleibt offen. Mach immer noch alles zu. Ach so, aber da kommen wir zurück. Okay. Schade, dass da riesig nicht die Nettung bringen. Gut. Noch mal anders. Ich tu noch mal einen Unterschlupf. Der ist nicht groß genug. Aber jetzt soll ich jetzt mal her. Ja? Ja, lass doch! Wie fängt der so was? Wie fängt der so was? Wie fängt der so was? Da ist noch einer. Oh ja. Mein Rest hat jetzt grad ganz schön zu tun. So. Einzelabfertigung. Noch nicht blöd hier. Ich kann mich da raus, oder? Ich fiechern. Hallo? Oh. Woher sind die anderen jetzt alle? Haben die sich jetzt doch alle gegen die Nettung gekommen gebracht, oder was? Oh, ne. so gott halt da und ich komme nicht noch mal noch so halte viele wohl noch kommen habe keine ahnung so sind alle hier drin eigentlich wollte ich ja ausweichen hat leider nicht so dass geklappt das sind alle? scheinbar gut, dann probieren wir jetzt noch mal den offiziellen weg, erstmal speichern oh, da war ja was da ist ja noch ein ach so hier unten ist nur irgendwas, was auch immer, whatever so, hier geht's rauf hier ist nur das, das brauche ich nicht gut, natürlich ist jetzt frei nein, äh, wo denn? ein bisschen frei ach so hier ging es noch eine Ebene runter das ist natürlich interessant oh so hier ist glaube ich die gelbe Karte wo ist das? ah brauche ich noch nicht ne das kann ich noch mitnehmen wow habe ich hier schon? oh, habe ich schon nice gut ähm jetzt mal wo dabei die Fische wo muss ich hin? ah, erstmal ein bisschen kratzen ok, keine Tür die ist doch gelb hä? ach so, dass noch was blau ist dann muss ich wahrscheinlich mit der blauen Tür die ist da da hallo ach so ach so wahrscheinlich wieder den Schalter drücken ah door open das macht ja Sinn gut hier lang ach du scheiße hier ist doch nicht euer Ernst hier oh Gott ich höre schon wieder alles immer mehr bitte gewinnen bitte gewinnen jetzt doch schon wieder ein Doppelkett zu ah guck mal her guck mal her immer dieser Lost Service wie viel wenigerer Käse oh oh kurz ne Menge Bürgergegner kommt her bitte einzeln damit ich euch besser zersiegen kann hehehe oh wow wow ah meine bitte sieh jetzt schon wieder ab ich hab 40 Lostruck scheiße ich hab die Lostruck aufgesammelt dabei fuck egal wie mindestens ein Rest und geht ja noch aufgrund ich werde gerne die Raketen benutzen mal gucken wow Nee, komm, du kommst jetzt nicht lang. Wow. Das ist aber nicht nett. Fuck. Alter, ich hab 50 Punkte von einem nur Ding bekommen. Das ist völlig overpowered. Werden wir, will ich den umbringen für 100%? Nee, ich glaub nicht. Okay, da kommen jetzt die Webnetz-Brande. Wo auch immer die sind. Ach so. Alter, die hat mehrere Farben zur Auswahl. Leck mich, weil ich's wieder umbringen geworden bin. Danke dafür. So, die haben wir vor Waffen? Nein. Irgendwas können wir auch nicht. Gut, was ist bloß das hier? Kann ich so jetzt schon mal mit den Raketen arbeiten? Na, wieder gerne. Fuck. Komm ich da ran? Haha, ich bin ja. Was machen die denn da? Was für ein Krieg war das denn jetzt gerade? Hahaha. Alter, hängt ja einfach in der Decke fest. Ich glaub's nicht. So, bei Irrwölk gibt's noch Gegner. Ich sag mal nicht, alle... ...alle sind beisammen. Alle Sequels hab ich bereits, aber... ...das fehlen auch Irrwölk von Gegner. Ja. Na gut, muss ja eh nochmal bisschen rumlaufen, um zum Beispiel die Rüstung herzusammeln. Ach klar, hier unten. Oh Gott. Na super. Die Frage ist nur, wie krieg ich die da jetzt raus? Hm. Na gut. Ja das ist nur gut, ich sage schon. Das ist nur gut, ich sage schon. Na gut. Das war es immer noch nicht? Das war es immer noch nicht? Ich glaube es nicht. Das entlückt keiner. Oh, wow. Ah! Jaaaay! 6.000 Punkte einfach bekommen. 6.000 fucking Punkte bekommen. Bitte lange mal meine Waffen aufzurüsten. Das fällt mir grad auf. Jodchen. Erst mal die ganzen Sachen holen, ja. Also hier irgendwo war Rüstung. Ah ne, da vorne. Hier war soweit gar nichts mehr. Doch, wir waren noch mit der Rüstung. Schon später da liegt noch nichts. Weil ich sie mit der kurzen Rüstung überschreiben würde. Und das möchte ich nicht. Dann hole ich mir erst mal die kurze Rüstung. Dankeschön. Und jetzt kann ich mir die ganzen Kleineren holen. So, guck mal was hier noch andere rumliegt. Gibt es mir jetzt gar nichts mehr rum, ne? Doch. Hatte ich ja schon intelligent, wie ich war. Führende ist aufgesammelt. Wind, offenen. Toxic. Wow. Das sollte hier giftiger Nebel gewesen sein. Ist ja nett. Also mit allem hätte ich wahrscheinlich gerechnet. Aber nicht mit giftigem Nebel. Hätte ich gedacht, dass da irgendwo Wasserdampf austritt oder sowas. Ich meine, das ist ja sowieso... Unbedingt Story. Von daher kann man sich da ja hineininterpretieren, was man sich möchte. Gut. Das sollte es gewesen sein. Okay. Ich vermisse mich dann mal gucken. Nach Hause. Oder bloß self, genau. Äh, wo denn jetzt hin? Achso. Soo. Gott, die Map kann ich ja auch noch. In meiner Weise kann ich viele Maps. Gut. Na dann, während man Sorgen. Bis gleich. Schau GغrtV.